die jahre leute nahm herz von mir zu einer weiteren aufnahmeformat zusammen mit markus wir spielen jetzt wollen genau wir sind auf dem nicht selber hat team wohl ja und da werden jetzt damit verschiedenen kids gegeneinander drei spiele machen wer zwei von drei gewinnt hat die runde gewonnen und ich würde sagen die erste folge mit denen wir bald den kinder von pvp als weiter wer vorbeikuliert scharten ist 3 beyer ist weg 2 aber wir machen einfach kein schaden oder überhaupt nicht es ist gar nichts mehr ich auch nicht wirklich ich stehe hier zu sehen sich rechts links alter alt vor allem ein die was von mir das war das war die erste Runde die der selke er ist die drei mal zwei von drei gewinnt er hat es gibt gewonnen so bist du bis gleich direkt geben über sein Wotter Park die hat sie Lagerl erfreut ist jetzt genommen das war dann wohl der erste Sieg der mich geht und ich würde sagen wir spielen einfach auf wer zuerst drei Siege hat das heißt wir nehmen einfach das nächste Kid das wäre Suppenheilung Rechtsklick auf Suppe gibt Instant Heal ok es ist ein reines Schwertkampf Kit wo wir uns einfach mit Suppen wieder hochheilen können alter das ist tatsächlich alter das ist die Varro Endmap hier vom Finale so sah das Finale aus alter genau so keine Ahnung so sah das aus das ist mir jetzt erst gecheckt das hab ich jetzt erst gecheckt das hab ich von gar nicht geblickt so du bist unten im Vorteil das doch Assi ja Gützigitzigitzigitzig politik da gibt es mir wieder ein Doppelhit alt das mehr auch gegeben weil er geht es nicht tun ich hab voll leidt so die erste Runde gehen wieder mit nein ich bin nicht mit dem Kettlacken King LP ne Lappen King nur jetzt haben wir dein Kid was denn das für ne Scheiße deswegen lass du mich nicht schlagen weißt du warum ja hast du aber naja dann müssen wir einmal Markus Kitt hier zwischen zeigen boah einfach nur auch stimmt ein Fall du hast Infineering die nicht enchanted ja ich hab das nicht enchanted Wienhoff in Tropez also einfach nur ein Old Threads Oh man ist so behindert ich hab hier ja das fällt ja eh nicht sondern wir müssen ja unser Sub-Ding weiterspielen so 1 0 steht aktuell beim Suppen Battle Schlagst du immer eher wie ich oder weiter aber ich sprinte so das heißt das Sub-Battle geht auch an mich bedeutet wir haben jetzt noch ein drittes Battle wenn ich das auch gewinnen dann ist schon vorbei und zwar das Waro-Kit das war die auch gerade so langsam gerendert lass mich in Ruhe boah Booskills Alter was der Junge für Booskills hat Huch Autsch! Ja komm, fick dich doch! Fick dich doch da oben! Fick dich! Einfach ins Knie, Alter! Oh! Ja! Na komm, no! No, 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 no! So, so machen wir das nicht! Oh mein Gott, fehl! Ja, hart gefällt! Das war so dicht, glaube ich, ja! So, yes! So! Wenn ich dir jetzt auch gewinnen, dann habe ich dich leider heute zu null fertig gemacht. Tja! Aber das sind einfach meine überrangenden PvP-Skills, da ich schon länger Minecraft spiele. Beziehungsweise mehr PvP-Mein-Craft-Spiel als du wahrscheinlich. Ja! Aber ich spiele auch noch nicht gut, aber ich spiele ungefähr durchschnittlich, hätte ich gesagt. Durchschnittlicher PvP-ler. Boah, Wögenkämpfe sind so hässlich! Ja! Kannst du dich mal verpissen einfach! Ja! Ja! Oh, scheiße, ne! Das war jetzt nicht so gut! Oh man, ich hab' gefehlt! Oh no! Oh no! Oh! Schau! Ja, ich war nem Loch unten! Da hab' ich Distanzvorteil, schau als hast du Distanzvorteil! Nee, du kannst mich immer schneller töten wie ich! Ja! Ich fäng' mir und durch. Weil ich gills hab' Alter! Das war ja einfach hartes Gills! Na ja, Leute, ich wür' sagen, es war noch schon die erste Folge hier. Und wir haben uns das nächste Mal in irgendein Turnier einordnet. Und bis dahin würde ich sagen, sauf uns und ciao. Döö.